Wir freuen uns euch den neuen Jamie Jacobs Rucksack vorstellen zu können. Den wahrscheinlich funktionalsten Rucksack am Markt. Seit 2015 begeistern wir unsere Kunden mit unseren smarten Geldbörsen. Jetzt wurde es Zeit für einen smarten Rucksack. Unser Rucksack bietet viele Funktionen, die optimal auf den modernen Lifestyle im urbanen Alltag ausgerichtet sind. Ob zur Arbeit, zum Sport, ob mit viel oder wenig Gepäck, ob auf dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Koffer. Der Jamie Jacobs Rucksack ist der perfekte Begleiter. Der Rucksack besteht aus robustem, wasserabweisendem Hightech-Material, damit deine Sachen trocken durch jedes Wetter kommen. Wir haben für alle Dinge, die du im Alltag benötigst, ein passendes Fach konzipiert. Die Fächer sind intuitiv positioniert, sodass du leicht die Übersicht behältst. Die Hauptfächer lassen sich alle komplett aufklappen. So kannst du alles leicht überschauen und kommst einfach an all deine Sachen. Alle Verschlüsse wurden so konzipiert, dass sie leicht geöffnet und auch wieder verschlossen werden können. Der Rucksack hat insgesamt 25 Fächer. Jedes Fach wurde für einen speziellen Zweck designt. Ein kleines Fach Ausnahmrucksack für den schnellen Zugriff, ein RFID-geschütztes Fach, ein verstecktes Fach für Wertsachen, eine Halterung für Flaschen, ein Fach für Klamotten, viele elastische Netzfächer, ein Tabletfach und ein Notebook-Fach. Zusätzlich haben wir ein Kabelführungssystem integriert, sodass du deine Geräte auf dem Weg laden kannst. Viele Rucksäcke haben ein Laptopfach. Unser Rucksack bietet mehr als das. Ein separates Tech-Sleeve, in dem du Laptop, Tablet, Ladekabel und Maus sicher verstauen kannst. Praktisch ein Minibüro, mit einem Griff erreichbar und auch ohne Rucksack verwendbar. Wenn du mal mehr mitnehmen willst, kannst du den Rucksack ganz einfach von 20 Liter auf 30 Liter erweitern. Um das Packen zu erleichtern, kannst du den Rucksack wie einen Koffer öffnen und deine Klamotten mit Bändern befestigen.